Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Wir gucken uns wieder den täglichen Gegenstandsjob an. Der Fate, der Himmelsjäger und die Propellerhacke und 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 gehen heute endlich weg. Was heißt endlich? Also sie sind jetzt weg für die nächsten paar Tage auf jeden Fall. Sie werden diese Woche wahrscheinlich nicht mehr kommen. Vielleicht in den nächsten zwei Wochen oder so. Aber nichtsdestotrotz sind wir mega gespannt, was wir heute noch für ein Set bekommen. Ich muss dazu sagen Leute, ich bin derzeit irgendwie erkältet, obwohl es 35 Grad sind. Ich weiß auch nicht wieso, weshalb, warum. Aber wir gucken uns jetzt den Shop an und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bleibt bis zum Ende dran, denn da sage ich mehr zu einem Gewinnspiel. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Leute, wir haben einen komplett neuen Skin da. Wir haben einen komplett neuen Skin und einen Hängegleiter. Das hier gucken wir uns aber direkt gleich an. Und zwar haben wir hier einfach mal ein ungewöhnliches Outfit. Blutroter Speer, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Ja, es sieht aus wie so ein Star-Skin, würde ich jetzt persönlich nicht holen. Und 800 V-Bucks ist mir dann zu viel, weil ich den irgendwie grottenhässlich finde. Dann haben wir noch den Jolly Roger. Für 500 V-Bucks ist ein sehr, sehr einfacher Hängegleiter. Und 500 V-Bucks ist nicht allzu viel. Trotzdem finde ich diesen Totenkopf da oben, er muss nicht sein. Ich bin jetzt nicht so ein Piraten-Fan oder so. Aber wer das mag, der kann sich das gerne gönnen für 500 V-Bucks. Dann nochmal Brüll für 500 V-Bucks. Und diesen Emote irgendwie, ich finde den so behindert. Also ohne Witz, ich check den Sinn dahinter nicht. Okay, viele sind unnötig, aber ich check diesen Sinn dahinter nicht. Der ist so behindert einfach. Und deswegen gucken wir auch direkt weiter. Leuchtstab für 800 V-Bucks, ein Erntewerkzeug. Kann man sich auf jeden Fall geben. Sieht ganz cool aus, hat auch nice Details auf jeden Fall. Ich verstehe immer noch nicht, warum diese Spitzhaken so klein sind. Kann mir das jemand mal erklären in den Kommentaren. Wäre auf jeden Fall mega nice. Dann Bel Air, 800 V-Bucks für ein episches Emote. Und diesen Tanz kann man sich auf jeden Fall holen. Diesen Tanz kennt man von Will Smith und kann man sich definitiv kaufen. Ist auf jeden Fall ein geiles Teil. Dann nochmal ein Eindringling für 1200 V-Bucks. Und der sieht irgendwie aus, als wenn er von irgendeinem Pfadfinderkurs geflüchtet ist oder so. 1200 V-Bucks, relativ viel dafür, dass ich den jetzt nicht so geil finde. Aber wir kommen direkt zu den komplett neuen Sachen. Und ihr seht ja schon, die Harpoonhacke für 800 V-Bucks. Richtig geil, also richtig, richtig nice finde ich die. Sieht richtig nice aus, episch auf jeden Fall. Mit den zwei Tanks und ja, ist einfach ein Harpoon noch da dran. Sieht richtig heftig aus. Da hat sich auf jeden Fall Epic Games wieder was Nices ausgedacht. Dann haben wir noch den Laserbisten und den Leute, den finde ich unnummerkrank. Ich finde den so heftig, diesen Hängegleiter. Irgendwie weiß ich nicht ganz genau, wie dieser Hängegleiter funktionieren soll. Nichtsdestotrotz ist dieser Hai mit dem Laser oben so heftig. Lasergesteuert, Rasiermesser scharf, glitschig Teil des Hai-Hunger-Sets. Auf jeden Fall ein richtig heftiges Teil. 2500 V-Bucks, aber es ist ein legendärer Hängegleiter und der sieht einfach richtig heftig aus. Dann kommen wir auch schon direkt zu den Skins, die wir bekommen haben. Und zwar hier ein episches Outfit. 1.500 V-Bucks mit seinem Tieftaucher-Rücken-Accessoire kann man sich auf jeden Fall auch geben. Ich meinte ja, dass Taucher oder Schwimmen oder keine Ahnung so Strand Skins werden kommen. Ihr seht es auch an den Füßen, diese Flossen da unten. Er ist auf jeden Fall ein richtiger Taucher. 1.500 V-Bucks ist natürlich nicht wenig, Leute, aber man kann sich das definitiv hier kaufen und gönnen. Also Hashtag gönnbar auf jeden Fall. Dann haben wir noch die Riff Rangerin. 1.500 V-Bucks für die weibliche Variante wahrscheinlich, hat auch einen Tank auf dem Rücken. Luftbehälter ist hier Rücken-Accessoire. Und auf das dir nicht nur, auf das, die beiden Skins haben wir auf jeden Fall komplett neu bekommen und diesen Laserbeißer. Ja, Leute, checkt es auf jeden Fall aus. Richtig heftiger Shop, muss ich sagen. Ja, seit langem ist wieder was Neues gekommen. Und ansonsten, ja, das Ganze leitet jetzt für zwei Tage natürlich wieder. Also morgen kommt kein komplett neuer Skin. Übermorgen vielleicht erst. Checkt es auf jeden Fall aus, und wenn ihr noch günstige V-Bucks braucht, unten in der Videobeschreibung habe ich auf jeden Fall welche verlinkt. Könnt ihr auf der PS, also auf der Playstation, bis zu 10 Euro sparen. Und ja, für die Xbox könnt ihr euch natürlich auch Sachen raussuchen, spart ihr auch wieder und nochmal viel Geld. Checkt es auf jeden Fall aus. Und ansonsten, wenn ihr beim Gewinnspiel machen möchtet, bei 20.000 Abos verlose ich 3x 20 Euro V-Bucks. Die 10 Euro sind auch noch übrig geblieben vom letzten Mal, weil sich da keiner gemeldet hat. Also könnt ihr die auch nochmal gewinnen. Und ja, sobald wir die 20.000 Abonnenten erreicht haben, startet dieses Gewinnspiel. Und schreibt euch jetzt schon mal Hashtag Tactics ein in die Kommentare, wenn ihr gehypt seid. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Sag ich tschau und tschüss und bis zum nächsten Mal.